Willkommen zurück, Bayron. Wir haben musikalischen Besuch bei uns im Studio. Die Mannheimer Sängerin Silke Haug ist zu Gast, denn in den nächsten Wochen erscheint ihre neue Single Shut the Fuck Up. Darüber sprechen wir gleich, doch davor bekommen sie einen exklusiven Einblick in ihr neues Musikvideo. Silke Haug ist bei uns, Frau Haug, hätte ich gerne noch ein bisschen länger zuhören können. Shut the Fuck Up, ein sehr kerniger Titel. Welche Botschaft steckt dahinter? Erstmals vielen herzlichen Dank für die Einladung hier bei RON TV. Ich muss so ein bisschen ausholen, wenn ich das darf. Die Idee und die Botschaft von Shut the Fuck Up kam mir, als ich 24 Stunden in München am Gate verbringen musste, weil ich nämlich verschlafen habe, den Cypress Flight Pass auszufüllen. So war ich 24 Stunden am Gate und ich habe nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so passiert ist. 27.12.19 ist mein Lebensgefährte und Manager gestorben. Zweieinhalb Monate später kam Corona. Also das hieß irgendwie so, wir gingen in ein Bürosverbot. Ja, das war erstmal ziemlich, ziemlich schwierig für mich. Aber genau in dieser Zeit habe ich wieder angefangen, an Songs zu arbeiten. Dadurch ist mein Album entstanden, Soulstriptease, was ich am 23.03.23 released habe. Und mein Freund und Manager hat tatsächlich ein Buch geschrieben in meinem Namen, Keiner ist zu blöd, ein Schwein zu sein. Und dieses Buch war eigentlich für all die Fans, die immer mal wieder Post geschrieben haben oder an Social Media geschrieben haben, kannst du mir deine Schuhe verkaufen, kannst du mir deine Strümpfe verkaufen? Also sowas existiert tatsächlich und die Leute sind ziemlich schamlos und haben einfach keine Scheu mehr zu fragen, ob sie das kaufen dürfen. Also mehrere Geschichten innerhalb des Albums bzw. hinter dem Song. Wie würden Sie denn generell die Charakteristik des Albums beschreiben? Das Album ist gewidmet an meinen Lebensgefährten. Also es ist einfach so eine Hommage an ihn, an all das, was er mir ermöglicht hat, an all das, was natürlich aber auch passiert ist in all dieser Zeit. Songtitel, die wir ganz am Anfang kreiert haben, die wir zusammen erarbeitet haben, bis hin zu Bühnenstücken und einfach so ein Schmelztiegel von unserer Arbeit. Das ist Soulstriptease. Es ist sehr, sehr, sehr persönlich und ich denke, dass ich mich niemals zuvor so verletzlich meinem Publikum offenbart habe wie mit dem Album. Also Sie haben sich darin sehr geöffnet. Ende März haben Sie schon gesagt, ist das Album rausbekommen. Wo kann man Sie denn sehen? Wo kann man Ihre Musik und das Album hören? Also live aktuell am 11. Das heißt nächsten Sonntag in Heidelberg im Preustadel und am 25.06. in Schlierbach, Sound of Schlierbach mit meiner Band und alle weiteren Termine, Live-Termine findet man natürlich auf der Homepage unter www.silkehaug.de Und wenn jetzt jemand nicht die Zeit hat, um vor Ort mit dabei zu sein, gibt es auch moderne Wege, um die Musik zu hören. Yes, man kann es streamen auf allen Social Media Plattformen, egal ob Apple Music, Spotify und Co. Wenn man es sehen will, natürlich auf YouTube. Genau, gerne ein Like hinterlassen oder einen Kommentar. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute für die kommenden Auftritte und ein Happy Release Day dann in den nächsten Wochen zu den neuen Singeln. Shut the fuck up, Frau Haug. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank.